DeLonghi Siebträgermaschinen sind bekannt für ihre Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Diese Espressomaschinen ermöglichen es Kaffeeliebhabern, hochwertigen Espresso, Cappuccino und andere Kaffeespezialitäten bequem von zu Hause aus zuzubereiten. In diesem Video schauen wir uns drei verschiedene Siebträgermaschinen des italienischen Herstellers aus drei unterschiedlichen Preisklassen genauer an, so dass ihr am Ende herausfinden könnt, welches Modell am besten für euch und eure Ansprüche geeignet ist. Bleibt also unbedingt bis ganz zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und schaut nach dem Video gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir alle Modelle aufgelistet, so dass ihr euch dort ein genaueres Bild zu den Maschinen machen und auch euren Favoriten direkt bestellen könnt. Beginnen wir das Video gleich mit dem günstigsten Modell von DeLonghi und das ist die Siebträgermaschine Stilosa. Diese traditionelle Espresso-Siebträgermaschine wird gleich inklusive Tampa geliefert und bietet schon mal all das, was man so grundsätzlich von einer kleinen Siebträgermaschine erwartet. DeLonghi typisch kommt das Modell mit einem hochwertigen Retro-Design und kann einen lecker aromatischen Espresso auf Knopfdruck herstellen. Dieses besonders volle Aroma wird dank des Drucks von 15 Bar erzeugt, wodurch die Kaffeebohnen extrem gut extrahiert werden kann und auch die typische nussfarbene Crema entsteht. Auf Knopfdruck kann man hier entweder einen oder zwei Espresso gleichzeitig zubereiten und anhand der flexiblen Milchaufschäumdüse auch Milchkaffee-Spezialitäten wie Cappuccino oder Kaffeelatte herstellen. Die Kapazitäten mit 1 Liter beim Wassertank sind ordentlich, um mehrere Espresso hintereinander herzustellen, bevor man diesen wieder auffüllen muss. Erhältlich ist die Maschine in einem hochwertigen Schwarz- und auch in einer weißen Ausführung, so dass man sich das Modell hier auch an die eigenen Vorlieben anpassen kann. Herausstechen tun bei dieser Optik vor allem die hochwertigen Edelstahl-Designs, wodurch hier eine zeitlose Optik entsteht, die auch durch die starke Haptik bei der Bedienung ergänzt wird. Vor allem überzeugt hier aber auch der günstige Preis und damit das insgesamte Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf dem Markt bekommt man kaum eine so starke Siebträgermaschine für einen so günstigen Preis. Klar ist es ein kleineres und kompakteres Modell, aber wer genau so etwas gesucht hat, der kann sich nun zur DeLonghi Stilosa über den ersten Link in der Videobeschreibung noch genauer informieren. Bleibt aber auch gerne noch dran, um die nächsten Modelle kennenzulernen. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir euch den aktuellen Bestseller nicht nur von DeLonghi, sondern insgesamt bei Espresso-Siebträgermaschinen vorstellen. Das ist nämlich die DeLonghi Dedica Arte, eine kompakte und sehr stilvolle Espresso-Maschine. Das Siebträgermodell kommt mit einem klassischen italienischen Design, welches in sechs verschiedenen Farbvarianten erhältlich ist. Durch die 15 cm Breite passt das Modell in nahezu jede kleine Lücke und jede Kücheneinrichtung hinein und macht hier auch wie gesagt optisch eine hervorragende Figur. Aber auch bei der Leistung kann das Modell durch die 15 Bar Pumpendruck und das Thermoblock-Heizsystem überzeugen. So kann es einen immer leckeren Espresso auf Knopfdruck zubereiten, wahlweise auch zwei gleichzeitig bzw. einen doppelten Espresso. Dafür ist der flexible Siebträgerhalter mit Einsätzen für ein oder zwei Tassen ausgestattet, was zusätzlich auch die Bedienung vereinfacht. Durch die Milchaufschäumdüse ist hier auch leckerer Milchkaffee möglich und geliefert wird das Modell in manchen Varianten auch gleich inklusive dem Barista-Kit mit Siebträger, Stamper und auch Milchkanne. Das Wassertankvolumen des Modells beträgt 1 Liter und für eine einfache Reinigung sind hier auch die Teile sehr leicht auseinanderzubauen und teilweise auch in der Spülmaschine zu waschen. Wir können absolut nachvollziehen, warum es sich bei der DeLonghi Dedica Arte um den Bestseller in der Kategorie Espresso-Maschinen auf Amazon handelt. Das Modell ist klein, kompakt, leistungsstark, funktional und trotzdem noch insgesamt sehr günstig. Ein absolutes Preis-Leistungs-Wunder also, wenn ihr noch weiteres zur DeLonghi-Maschine erfahren oder die Dedica Arte vielleicht auch gleich bestellen wollt, schaut jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung vorbei. Wer aber doch auf der Suche nach einem größeren und professionelleren Modell war, der bleibt jetzt gerne noch dran. Als drittes und letztes möchten wir euch nämlich die La Specialista Prestigio von DeLonghi aus der dritten Preisklasse vorstellen. Dies ist eine richtige große Espresso-Siebträgermaschine, die so auch in der Gastronomie eingesetzt wird. Sie ist mit einem integrierten Kegelmalwerk ausgestattet, welches 8 Malgradstufen besitzt und dafür sorgt, dass man Kaffeebohnen gleich in der Maschine selbst in feines Pulver malen kann. Anschließend wird dieses Pulver dann durch das perfekt erhitzte Wasser gebrüht und durch die Vorbrühfunktion auch das maximale Aroma entfaltet. Da hier alle Schritte, angefangen vom Malen bis hin zum Brühen und Servieren, in einem Gerät stattfinden, wird für ein immer perfektes und besonders vollmundiges Kaffeearoma garantiert. Die Wahl hat man bei dieser Maschine zwischen drei voreingestellten Kaffee-Rezepten, dem Espresso, Kaffee und Americano bzw. Long Black. Auch unterschiedliche Milchkaffee-Spezialitäten werden dank der Dampflanze möglich. Hier lassen sich verschiedene Kaffee-Lattee, Cappuccino oder Flat-White-Variationen herstellen. Eine Sache, die auf jeden Fall gleich ins Auge sticht, wenn man sich die Last-Spezialiste anschaut, ist das starke Retro-Design. Dieses wird nicht nur durch die Edelstahlverarbeitung und den zeitlosen Aufbau gewährleistet, sondern auch über die klassischen Bedienregler und auch die Retro-Temperaturanzeige an der Vorderseite. Diese Maschine könnte so auch ganz genau in den 60er oder 70er Jahren hergestellt sein. Ein wirklich starkes Modell mit Retro-Optik, aber aller modernsten Funktionen und Technologien. Im Endeffekt ein Espresso-Vollautomat, der die Bohnen gleichzeitig mahlt, brüht und in Form von leckerem Espresso serviert. Geliefert wird das Modell natürlich auch gleich im Set mit allen wichtigen Zubehör, welches man so für eine Siebträgermaschine braucht. Ein wahres Profi-Modell für das eigene Zuhause. Wenn ihr euch noch weiter zur Last-Spezialista-Presigio informieren oder das Modell in einer der beiden Farbvarianten, Silber oder Schwarz, gleich bestellen wollt, schaut jetzt gerne mal über den dritten Link in der Videobeschreibung vorbei.